So, willkommen zurück zu einer kleinen Singleplayer Aufnahme. Melvin und Tyrock sind da. Mal gucken, ob es sich da RP ergibt. Ähm, Sissy ist leider schon offline gegangen, denn sie muss morgen in die Schule. Verständlich, Schule, Real Life geht alles vor. Und das wissen auch alle anderen. Ja, ich nehme die Folge jetzt direkt nach der letzten auf, denn wir suchen die NPCs, die jetzt hier rumstehen und Quests haben. Das nehmen wir mal mit für das Fräulein Sissy. Die kann da bestimmt was draus machen. Und wir fangen einfach mal mit dem RP an, auch wenn ich mit mir selber reden werde. Ja, so. Das sind wir wieder. Äh, ich höre hier schon wieder irgendwo so ein Spinnenmonster. Äh, aufpassen, dass ich mir hier nicht weh. Du, hier steht doch schon. Oh, das, ähm, ja. Okay, eine schwarze Blume. Was ist... Ach, das kenne ich ja noch. Das habe ich doch schon mal gegessen. Hm, Reis. Oh, hier, oh, äh, hier geht's runter. Ach, da ist schon wieder so ein großer Baum. Vielleicht da wieder eine Kiste drunter versteckt. Da sind zwei große Bäume. Cool. Ah, der hat nicht so eine weiße Spinnenwebe dran. Nö, schade. Oh, das wäre ja cool gewesen. Aber was? Oh. Ich habe noch meine ganzen Materialien dabei. Äh, oh, in den Wald werde ich demnächst auch mal reingehen. Und hier ist so eine Hand da. Ich werde den Mann sprechen. Hallo. Äh. Hallo. Hallo. Ich würde gerne mit Ihnen sprechen. Ja, genau mit Ihnen. Reden Sie auch mit mir? Das ist ein arroganter Typ. Hallo. Reden Sie beide mit mir? Können Sie reden? Sag mal. Das sind ein paar arrogante Fatzken. Was ist? Äh. 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 Okay. Also wie gesagt, in den Wald, da gehe ich demnächst mal ein. Was ist das? Du machst aber merkwürdige Geräusche. Hallo? Hallo? Das ist weg. Das ist weg. Wo ist das hin? Ich gehe ins Loch. Oh. Der hat schon wieder seinen Kopf verloren. Also, das ist mir nicht ganz geheuer. Ne. Da halte ich mich erst einmal fern. Zum Glück habe ich noch das eine Hut. Den einen Hut. Also, das ist... Ne. Ne. Da bleiben wir mal lieber weg. Äh. Das sieht mir recht gefährlich aus. Das ist ein Schild. Hier soll eine Stadt gebaut werden. Okay. Der hat auch nicht sowas Weißes... Äh. Sowas Weißes dran. Schade. Warum brennt das? Ah. Hier ist diese heiße Flüssigkeit. Lava, hat der Melvin dazu gesagt. Autsch. Hallo? Ich gehe ins Loch. Autsch. Ich gehe ins Loch. Seltsam. Ey. Der ist doof. Der schießt einfach gegen den Baum. Oh, schnell weg hier. Ähm. Oh. Hier ist... Ist das so eine große rote Blume, wie der Herr Seth braucht? Ne. Das ist eine ganz andere. Was? Hier sind zu... Was? Und vor allem, was ist das? Ah. Aua, du. Sag mal, du machst sowas nilandes, wie dieses komische Ding da hinten war. Äh. Ne. Ich bleib mal lieber weg von dir. Nicht, dass noch irgendwas Schlimmes passiert. Und hier sind ganz schön viele Tiere, muss ich sagen. Ein paar Tiere zu viel. Uah. Und Monster. Ich habe jetzt keine Lust auf Kämpfen. Lasst mich bitte in Ruhe. Doch. Das Schwein lässt sich gut gehen. Wo kommt das Zelt her? Hallo? Reden Sie bitte mit mir. Äh. Fremder, haben Sie vielleicht etwas Essen für mich? Äh. Was möchtest du denn zu essen haben? Ne. Das habe ich leider nicht. Ich versuche was aufzutreiben. Was ist das? Das steht doch auch in dem Dorf. Was? Okay. Ob wir sowas be... Was ist das? Ich kann damit nichts machen. Schade. Ähm. Och. Hier ist schon wieder so ein Monster. Ich gehe ins Licht. Ja, dann geh doch ins Licht. Aber lass mich in Ruhe. Und du genauso. Meine Güte. Ach, mir Himmels. Überall sind solche Monster. Äh. Äh. Was ist das? Äh. Äh. Fleisch? Wieso liegt hier Fleisch rum? Ach, ich habe keinen Platz mehr. Aber ich könnte mal was essen. Gah. Lass mich in Ruhe. Ich könnte mir ja... Hm. Hm. Hey, das war lecker und sättigend. Fühl ich mich gleich ein bisschen erholter hier. Aber warum lag dort Fleisch rum? Der hat auch nicht sowas drum. Da ist schon ja sowas blaues im Wasser. Na. Hm. Wer weiß, was hier noch alles passiert. Ja, jetzt haben wir eine kleine Runde gemacht. Wir haben so ein merkwürdiges Ding gefunden. Was ein komisches Geräusch macht. Und... Ja, grüne Monster, die explodieren. Komm, die, komm, die. Ah, ah. Ah, ah. Uh. Uuuh. Oh Gott, hier kriegt man ja Zustände und Angst. Überall diese Monster und Löcher überall. Aber ich wollte mir doch hinter... Äh, ja. Lass es dir schmecken. Hinterher Ramon seinem Haus mal den Hügel angucken. Ob ich mich da niederlassen kann. Uuuh. Ich will doch jetzt nicht kämpfen. Ich will einfach nur auf diesen Berghügel... Was das auch immer ist. Uups. Äh. Der dort. Aber ich glaube, der ist zu weit weg dann. Ich gucke trotzdem mal ganz kurz nach. Weil ansprechen tut mich der Hügel ja doch schon. Da ist wieder so ein eingebildeter Hunter. Komme ich hier hoch? Ui. Au. Äh. Hier. Okay. Oh, ich habe sogar ein Haustier. Oh, ja. Schön ist es hier schon. Ah. Allerdings. Hm. Also ganz weit weg möchte ich dann auch nicht ziehen. Ich denke mal, wenn ich hier hinten baue, wird das passen. Jetzt brauche ich allerdings nur noch ein Schild. Oh. Okay. Aber die stehen überall. Ich denke mal, das wird schon so passen. So, da gehen wir mal ganz kurz das Wichtigste wegschaffen. Alles das, was ich nicht brauche. Ähm. Ja. Was haben Sie denn da an? Eine Knochenrüstung. Die sieht aber seltsam aus. Ja, das ist alles nur so rumgebastelt und so. Also für stärkere Rüstung bräuchte ich dann halt die Schmelze. Aber das kann ich ja erst machen, wenn Tobias die Ressourcen hat. Ja. Oh. Äh. Tobias habe ich auch erst mal eine bildige Rüstung gemacht. Ja, eine aus Stein, oder? Ja. Aber die schützt genauso gut. Also die, sie können sozusagen ihre jetzige Rüstung erst mal anhalten. Denn ich glaube, die schützt besser wie die hier. Okay. Die ich an habe. So. Also ich habe jetzt einen Platz gefunden, wo ich gern bauen möchte. Ich muss jetzt nur noch das Zeug irgendwie rüberbringen. Wissen Sie, wem die Kiste hier gehört? Weil hier... Nee, das weiß ich leider nicht. Leider weiß ich das nicht. Ob ich mir die eventuell dann mal kurz ausleihen könnte? Na, ich denke, sie können die gerne irgendwie ausleihen. Ich würde dann meine, die dort ist, hier hinstellen. Weil ich brauche erst mal einen Lagerplatz da, wo ich bauen möchte. Und da reicht mir so eine Kiste erst mal aus. Naja. Gut, dann würde ich die mal... Ich denke, dass das kein Problem ist. Okay, dann würde ich die mal mitnehmen wollen. Ja. Wo war das denn jetzt nochmal, wo ich bauen wollte? Ja, hier. Meine Kiste. Mein Stein. Holz und das Schild oben drauf. Hier baut Ike. 15 mal 15 Blöcke. Ja, das kann man auf jeden Fall hier rein machen. Dann holen wir jetzt den Rest aus der Kiste und dann werden wir uns erst mal schlafen legen. So, Kiste steht wieder. Alles klar. So, dann noch ganz schnell mein letztes Zeug dahin bringen. Hier. Einmal so. 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 Und erst mal im Bett zum Schlafen hinlegen. Äh, hinbauen. Äh, hinbauen. Ach, Mann, Mann, Mann. Äh, das kann ich hier lassen. Kann ich noch irgendwas hier lassen? Ähm. Ähm. Na, das nicht. Die können wir hinsetzen. Das und, ja. So. Würde ich sagen, das reicht fürs Erste. Ja, dann lege ich mich jetzt hin und das war's nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Okay. Ich kenn die Taste gerade nicht. Äh, ja. Dann lege ich mich hin und freue mich schon auf den nächsten Tag.